ARD Text im Auftrag von Funk Ahem! 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 Okay! Ahem! 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 Sir, würden Sie bitte Ihren Maul halten? Das wäre sehr angenehm für meinen Höruss, Uteruss, was was ist, Us? Dein Uteruss, okay! Was? Geh mich da nicht mit rein! Ich weiß nicht mal, was ein Uteruss ist, Digga, los! Ja, was ist los? Erzähl aber auch nicht erzählen! Man muss jetzt mit dieser Schande leben! Erste mich! Niklas, sag mir was, was ist! Nö! Nein, sag einfach nicht! Können wir doch mal bitte von vorne standen! Ne! Ne! Schau mal schnell! Hehehe! 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 Ja, der Tessers hat gekickt auf jeden Fall! He! He! Ich hab jetzt alles... ... hier drin! Also, was... Also, was... Und eine vollkommen ungeschnittene Folge am besten. Oh, die Granate schallert. Granate hat nicht geschallert. Diese Lache von Niklas ist auch so... So wie der Weihnachtsmann, Alter. Hohohoho, Motherfucker. Hohoho, Motherfucker. Oh, irgendwer hat dieses Nice angemacht. Als Offizier. Ja, im Basis, wer es war. Das ist der Make gewesen. A random. Wir haben einen Anloggen. Too easy. Ey, ich wollte in eine schallern. Awe. Eine schallern. Ich glaube, ich schallert es auch hier, ne? Gleich klatscht, du Bitterbeer. Okay. Oh, da fliegen noch ein paar Granate. Nein. Einfach ein. Einfach ein. Nein, nein, nein. Nein, nein, Niklas. Nein, nein. Ich bin noch ein. Ich bin noch ein professioneller Killclawer. Ich bin noch ein professioneller Killclawer. Hä? Hä, was meinst du? Ich bin noch ein professioneller Killclawer. Ausverkaufs. Ausverkaufs. Welchen Schwanker? Es gab nur einen. Aber da, ja, yippie, yippie. Bist du eigentlich mal Merch machen, Luke? Hey. Nö. 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 Bist du schon ein Kohlegeiler Dude? Nö. Bist nicht so ein Fashion Influencer. Ich bin durch. Wie viele Sekunden sind das noch? Drei. Ja, ne Ahnung. Drei? Ja. Oh, na. Keine, meine Augen. Oder? O, na, na. O, na, na. O, na, 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 na. O, na, na, na. Oh, ja. O, ja, oh, geil. O, ja. Schlecker, o, ja. Jo, das, ach, das ist lecker. Ok, eh, äh. Kommt mal zu B, ihr beiden. Nee, ich bin zu A. Ich heiße auf deine Meinung. 31er weil hier kommt jetzt der fette mutige noch nicht aus die sind aber alle bald nur ein scheiße ich habe gerade spielt er schon wieder eine in dieser genau dann kommt da wie der maul also ich habe gerade eben von einem toaster alter warum geht das auf einmal so schnell das ganze einnehmen das ist ja mal die schneller geworden sind die seht besser das sieht voll lustig aus wie er läuft niklas kohann hinter dich bei b sind richtig viele immer aber ich hasse trotzdem aber da sind auch viele die du nicht siehst komm mal rein hier zum beispiel maul oh hier sind richtig viele kommen schalte mir den schaden rein danke 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 ich habe eingeheiratet ihr scheiß busis ich teile mich ja mein totten ist der wohl mit super geschockt Bitte unterlassen Sie das. Warum? Das ist Copyright, hä? Copyright? Reiz. Copyright. Copyright. Copyreich. Das Reich. Ich treffte dich! Ein Bot, Fragzeug. Komm her! Du Droide. Ich lief doch nicht irgendwelche Droide nach. Es gefällt mir nicht schön. Bist du schon wieder gestorben, Niklas? Awww. Trotzdem habe ich 30 Kills. Awww. Awww. Die meisten davon sind Assists. Das ist ne Lüge. Nur neun davon sind Assists. Ja, wir sind die meisten. Hehehehe. Ah ok, jetzt sind nicht die meisten. Das sind viele. Und das liegt da dran, dass mir mal Kills geklaut werden. Von den gewissen... Bummel. Von Lavers, du? Ich klau gar keine Kills, Alter. Ja. Juhu, kein Fall. Ich allerdings auch nicht. Das ist die Yoda-Stile, Alter. Ja, weil ich... Digga, habe ich so viel Assists gemacht. Ja. Ich habe ja auch 5 oder 6 Leute, glaube ich, gerade getötet. Ja, ich habe meinen Schütze auch einfach jeden geschleppt. Vollerseits. Hehehehe. Wie viele Sekunden sind das noch? Zehn. Ein A. Nein, da kann ich nicht. Rein Zubask hier! Krieg einen aufs Muldiger... Hund. Ah, er ist tot, geil! Ich bin fast verreckt. Das ist aber eine Sekunde. Bei mir aber auch. Lust! Wer macht mir hier so viel Damage? Juhu! Ja, ich weiß es auch nicht. So, ich bin wieder da mit dem Allerechten. Schau mal vor, es gebe Friendly Fire einfach im Battlefront. Ich wette, die Community wäre so toxic und hier schießt einfach die ganze Zeit auf die Hände. Nehmen wir jetzt den Allerechten Chewbacca. Den Allerechten oder was? Den Allerechten Chewbacca. Ich wusste gar nicht, dass es auch Fake Chewbaccas gibt, aber... Naja, es gibt Wookie. Ehrlich! Nein, ehrlich. Ich dachte, jeder wäre der Einzige. Genau. Der Letzte. Nicht... Nicht hier die letzten Jedi, der letzte Wookie. Das ist so schwanzig. Man kann so einen Meter hoch springen höchstens. Selbst Yoda kann drei Meter hoch springen. Ja, der Hammer ist aber auch echt. Ich brauche es kann auch einfach die hoch. Legga, das ist ein haariger Affe, der muss eigentlich springen können. Ein haariger Affe, digga. Heiße. Beschreibung für den Hammer. Es gibt keinen Tod, es gibt nur die Nacht. Es gibt Brot. Mich hat der Daffi der Maul getötet. Los. Jaaa, ich wurde elektrediert. Ich will den Hammer wie den Sack an. Ich will nicht das einnehmen, das ist nicht gut. Die Bilder noch nicht, aber... Ich will auch nicht, dass es jetzt schon vorbei ist. Nein. Die sind nicht existent, Alter. Die Jungen, die spawnen da gerade erst hinten wieder. Ist mir gerade eigentlich aufgefallen. Ja, geil, ey. Ich glaube, er hat am Ende rausgeschallert. Wieder fliegende Waffen. Jetzt kommt Felucia. Guck mal, da steht ein fetter Feld mal vorne. Und... Gleich kommt die... Felucia äh... Folge und... Ja... Bis... Gleich. Nö.